Wir waren immer, wie wir es wollten. So waren wir mal. Ja, wie alt waren wir da? Acht, neun? Nur fürs Protokoll. Ich war ein viel besserer Superheld als du. 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 Was machst du eigentlich, wenn Juliet dich annimmt? Keine Ahnung. Ich hatte eine andere Antwort erwartet. Ich schlepp dich morgen wieder zum Training. Kapiert? Damit ich dich fertig machen kann? Komm weiter, ich schlage dich noch mit geschlossenen Augen.